das reicht wirklich nicht ich muss los was dabei ja immerhin was muss ich los es ist so widerlich dieser hier von jumi ja mann dankeschön der blitzig keine falle halt da muss ich los es ist überscheuert wirklich wie spielt man das denn gegen so was ich weiß es nicht ich habe keine chance kann ich mal die team ist halt nicht mehr nicht mehr auf die ist halt unaufhaltbar mit hacker mit dem gefilten hacker ist das beknackt wo das nicht gut aber wie schade das fährt perfekt schaut immer die traps an ich war so doch nie wie lief mir in london der k jungs nur den drags hat man schon mit dem das ganze ist der einzige der tp hat ich glaube nicht dass die da hier großartig wort stehen haben wo sie hinzupieren können nicht hier aber halt so mit so einem inhalt also ja aber jetzt ist er gleich wieder da ich habe jetzt fern im denser geholt okay die die pferd katze kommen die feld katze kommen hab ich gesehen mia wäre ich scared weil sie muss da raus muss daraus scheiß auf dem bluer sie bekommt den luchs dünn hat aber auch ordentlich ja klar die ein bisschen hat ja auch welche gegessen wir werden wissen dünner macht schöner ich liebe katzen los aber das ding ist der lassen schnell raschen Ihr macht beide Indips, ne? Alter. Dieser Weixir. Kommt mit seiner Ultra raus? Also ich so den Mercs wahrscheinlich auch. Er ist halt uncatchable, legit. Nice, wir haben ihn. Ey, jetzt fängt der Toplane wieder an. Okay, ich schenke Base. Wenn man Schenke Base geht, dann... Okay, jetzt gehen alle Base. Ja, aber er steppt nicht beide. Ich weiß noch nicht, warum der Shen da drauf geht, also wir müssen mal rum. Forget it. Ich fahre das 2 gegen 1, Kollege. Oh, ne. Na ja, gut, aber er hat so gut gekämpft. Chil, wie kriegen wir das noch hin? Äh, nur Sparrow wird jetzt schwierig. Wir haben ihn. Jawohl. Gar kein Problem. Die Junge sitzt halt nur noch auf dem Hacker ran. Ich muss aufpassen. Bauen halt gar nicht auf die drauf zu gehen, sonst ist ja noch gerade nix ab. Ich muss auch botlenen dürfen so. Naja, ist ja verständlich, ist gut. Oh, wenn die den Gin kriegen. Oh, yeah, 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 yeah. Komm schon. Sweet. Okay, der geht jetzt auf den Shen drauf. Ich bin auch da. Ich hab GA-Buddies, I don't care. Hier, Wichser. That's how you trap, guys. That's how you trap. Was im Base? Was im Base? Was im Base? Ja. Ist ja zu Toto. Scheiße. Nooo. Okay. Ne, es wird nichts. Ach moooon. Ich hätte im Base bleiben müssen, schade. Müsste aber trotzdem noch irgendwie funktionieren. Ja, Mann. Schnappt euch den Baron. Ja, der macht's halt echt. Naja, ist klar. Das Game zieht sich so lang. Können wir den abfangen, ist die Frage. Das ist halt ganz geil. Hm. Ja. Geht ihr den? Die macht's dann ne komische Ulti. Ja, sollten wir. Okay. Ihr habt den wirklich. Oh Gott. Warte, du musst sonnestens 100? Ne, brauche ich nicht. Jack ist erst in zwei Minuten ab. Scheiße. Scheiße. Wir kriegen ihn halt auch nicht da und das ist halt das Ding, wenn wir ihn ins den down kriegen, sowas die Trinder Meere und so kommt halt auch so gut raus, ne? Naja, ja. Aber er hat halt auch die Unterstützung von Yumi, das ist halt. Es ist halt auch stolz. Es ist halt die Frage. Entweder nehmen wir halt den Dingens und er rennt dann halt durch. I don't know. Das hat das Ding. Naja, ich weiß nicht, ne. Es ist ja die Frage, könnt ihr drei gegen die anderen drei gewinnen? Weil dann würde ich mit den Hackerinnen zusammenhalten. Wenn ich das wüsste, ey. Der finde ich auch, das ist unsere beste Chance, dass die Yumi halt sich halt an der Hackerin bindet. Die halt auch dann nur zu dritt. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ich glaube theoretisch gesehen, könnten wir es schaffen. Ich denke schon. Wenn ihr das gut spielt, weil dadurch, dass die Yumi sich an den Hackerin bindet, der hat der Gin halt keine Protection mehr. Ja, der Herr der Hackerin ist auch da. Ja, das Problem ist halt, wenn wir dem Fall jetzt verlieren, der rennt einfach durch. Jetzt wird mir jetzt das halt sein. Ich glaube, die starten schon. Die haben schon gestartet. Ja. Ja. Ja, die sind sogar schon fertig, eh wir da sind. Ne, die haben noch nicht gestartet. Okay. Okay, okay, okay. Der Hackerin ist an mir dran. Ja. Ja. Schade. Oh ne, die Elise ist da. Ja, der Hacker ist an Bale in der Base. Was? Ey, ich hab den Gin getroffen. Oh shit. Na, okay. Es ist vorbei, GG. Ach man, schon wieder. Ich hasse mein Leben, ey. Es ist so ekelhaft. Oh, er hat ihn sogar scheiße und die kriegt ihn nicht. Oh Gott, jetzt müsst ihr raus. Du musst so weg. Sonst seid ihr tot. Es ist nur Decks und Schau noch. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen. Das ist das einzige Ding, so. Hacker rennt einfach den Tyrell drunter, so. Hm. Und das ist halt so das Problem, ey. Ist das ekelhaft. Ich muss doch los. Muss wir jetzt keinen Fight starten. Sondern nur ein Fight, wo der nicht dabei ist. Stark. Los ist das, wir müssen ja pushen. Jetzt jetzt pushen. Jetzt müssen wir pushen, ja. Die pushen alle Sidelines. Ist scheißegal. Es ist egal, es ist gut. Ich mach so viel Damage am Tyrell, wie man, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Die müssen jetzt base, ansonsten verlieren sie. Hacker muss da und ihr könnt es enden. Ja man, let's go. Ah. Ich hätte nicht gedacht, das ist doch gewinnt. Alter. Warum kann ich dafür keine 250 RP bekommen? Ah. Ist das schön. Ich hätte mir meinenpressen sind da. Kommtbund. Ja. Pünabol говоря. Vermut winken da und ihr sagt, wenn sie nun wissen. Ich weiß nicht, ja. Ja dann. Wasser geht mir mit ähnlisch. Geist ihr sch metabolicicos. Und ihr庭v они von euch? Morg meeting midst hjälpen.